Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wir sind heute Geld abheben und zwar ohne Karte, genau, der Kim und der Böhm, ich höre sie da schon. Das klingt, sind die hier unten? Ne, die sind unten. Sicher? Vom Ton her hört sich das nach oben. Was soll ich eine gefunden? Nice one. Durch Zufall. Au, au. Ich wurde leider durch Glas aufgehalten. Ja, Böhm, da fährst du nicht schlecht. Ja, da irgendwo, links, 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 unter der Wand irgendwo. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Da vorne müssen sie irgendwo sein. Hä? Wo ist denn diese fucking andere Bombe? War eine, was das schafft. Ich gehe mal kurz aufs Suche. Kommt einer mit unten rein? Auf keinen Fall. Niemals! Hi, guys. Wie ist sie da? Die Bombe wurde logisch. Eins, oh, ich bin tot. Äh, unten rein. Bist du unten rein, Kim? Weg. Eisbomber. Ah! Ah! Was ist das für eine Scheiß-Rauchgranate von dir, Kollege? Zumindest vorher standen, welche Bombe habe ich gefunden? Ich glaube, A, ne? Da waren eigentlich ziemlich alle drin. Na, als ich jetzt gerade eben reingefahren bin, waren sie bei B. Alter, die Bank ist schon lange nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht mehr, woher die Kameras sind. Wow, 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 wow! Da ist einer! Ich habe genau markiert, ich markiere nochmal. Genau da ist einer. Leute, helft mir, da ist ein Doc! Ja, hinter dir ist einer. Der Maxim Reiz aber auch nicht, ne? Ich glaube schon. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ach, na klar. Also, Leute, ich würde behaupten, wir verlieren die Runde. Mhm. Visa, die Freiheit kauf ich mir. Mhm, mhm. Es macht Spaß, beim Sterben zuzusehen. Es wird alles dunkel. Ich bin tot. Ja, dat lief ja mal richtig gut. Ja? Po zur Hölle rennt ihr überall rum. Bündnisstockwerk zu weit oben. Nice. Rechts unten war was. Boah. Ey, Kim, da war was. Alter. Okay, Böhn, stirbt jetzt gleich. Oh, so, doch einer von eigenem Druck. Ich hab echt ne gute Packung verpasst, ey. Böhn, es war mir eine Ehre, mit dir geliehen zu haben. Kannst du mal das Piepsen ausmachen. Drei, drei, zwei, eins. Nein. Hey, ich hab richtig gut getimt, oder? Hey, was war denn der für Zuckung? Kommt noch ein zweiter von hinten, hä? Oh, direkt hinter dir wieder. Ja, krass. Ja, das war ja mal eine eher mäßig erfolgreiche Runde, ne? Suboptimale Runde, sagen wir mal. Ja, könnte man meinen. So, nehm ich Rook oder nehm ich Frost? Musst Rook nehmen. Warum muss ich Rook nehmen? Aus, äh, Gründen. Idiot. Ähm, dann nehm ich halt den Rook. Wenn es dir so... Batsch, nimm den Frost, nimm den Frost, man. Bist bescheuert. Warum? Anfall. Hallo? Gute Idee, eigentlich. Safe Kill? Ich kann hier sowieso alles. Free Kill. Visa. Mama. Hey, wir haben die Baupen gefunden. Voll cool. Puh, wir sind hier. Gleich Position, Video. Das ist korrekt. Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Oh, dann nicht wie Info. Haben wir ein Castle? Ja. Bist du das? Ja. Weil es macht ja für mich keinen Sinn, die Bären fallen hinter... Oh. Hinter... Hä? Hinter Castle-Wände zu schmeißen. Genau. Was stimmt. Ich wurde entdeckt. Ach, guck mal da. Gut, auch. Noch 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Da, 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 da. Und sonst so, was gibt's Neues? Ah, das ist übrigens sonst das, ne? Ja. Das Loch da hinten ist so dumm, wenn ich mal ehrlich sein darf. Welche ist das? Es ist viel zu... Es ist genau in der Flucht von den beiden Kühen. Irgendwas ist hier gerade aufgegangen. Wenn die anderen halt vorher schon... Die sind... Die sind... Äh... Ja. Hier. Futz! Oh, fuck ich renn rein? Ja, ich auch! Angst. Ich bin schon wieder da. Draußen ist einer. Fäng nicht mal! Oben oder oben? Nein, unten! Direkt bei dem Fenster, wo ich raus bin. Oh, ist das nervig, Alter. Ich wusste, dass er da ist, weil ich gesehen hab, dass er die Reinforced Wand versucht hat aufzukloppen. Wollte rausgehen, Alter. Ihn mir schnappen und dann war ich schon wieder vorbei. Angst. Mein, ich reg mich nicht auf. Da ist er, da ist er. Achtung. Hier, markiert. Hi! Letzter, verbleibster Gegner. Wo ist denn der Letzte? Ich weiß, wo. Hier waren vorhin zwei. Ah, hinter Maxim. Hinter Maxim. Achtung, gleiche Stelle, gleiche Welle wie der andere? Läuft vor, zur Dings, ja. Direkt in meine Fresse läuft er. Alter, der Maxim, der checkt noch nicht. Ja, da vorne jetzt. Ja, genau. Dann drum. Um das Eck, rechts. Da müsst ihr sein. Hier müsst ihr irgendwo sein. Da. Da, hab ihn. Die Schott, ganz viel zu übertrieben, Wolle. Ja, die sind zu wichtig, Mann. Ich hab mich durch die Pflanze ablenken lassen. Exquizzer, keiner schmeckt mir. So wie dieser. Ja, das ist also die Werbesendung. Ja, Mann. Keiner macht mich mehr an. Geil. Hey, der klaut mir einer an den Slash. Ich fass es nicht. Ist ja unglaublich. Wisst ihr noch, damals, als der Böni hier den Termite genommen hat. Mensch, Mensch Böni, wie sind wir damals rumgelaufen? Gott, das will. Mensch, Axel. Mensch, Udo. Einmal mit Profis. Kleiner Scherz am Rande, aber ich glaub, ich hab' keiner gemerkt. Ich hab' keiner gemerkt. Echt? Wie ist denn eine Bombe auf die Hunde? Aber ich hab' glaub' keiner gemerkt. Dafür hab' ich Polizei. Nein, hast du nicht. Ich hab' ich hab' Polizei. Sind oben, sind oben, sind oben. Ja, das sieht aber nicht da noch aus. Das ist der Hund. Der Panzer? Wieso nennst du den Hund? Ja, warum ist dann einer draußen in der Lobby? Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Check. Naja, einer ist in der Lobby. Beisen in der Lobby. Pass auf, sie haben den Frost. Noch zehn Sekunden. Hast du gehört? Bis zwei Sekunden in die Lobby. Oh, verdammt. Äh, ja. Kann ich bestätigen. Äh, über die Fenster. Über die Fenster. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Parra. Hab' ich. Hä, wieso hab' ich denn da keinen Scheidämpfer drauf? Verdammte Axt. Axt im Haus erspart den Zimmermann. Jaaaa. Hätten wir das auch geklappt. Das war einem alt. Kannte ich nicht. Jaaaa. Alter. Warcraft. Ich kann mit dem Scharfstützen gerade den Heli da runter schneiden. Das wäre so geil. Den Heli. Wäre viel cooler. Alter, dieser Heli ist zu scheiße. Nee. Explodiert nicht. Gar nichts. Voll langweilig. Nee, schade, ne? Ja. So, jetzt holen wir erstmal die beiden Wichser aus der Lobby raus. Ja, bin ich dabei. Wir können von der Seite hier. Ja, ich weiß über die Fenster. Relativ chillig über die Fenster ihn weg snacken. Ja, ich mach jetzt erstmal die Kamera hier unten noch weg. Na ja, die Kamera kriegt er gar nicht. Eine ist aus. Alter, so über Kopf, so über Kopf wie Rum-Eiern ist echt nicht so geil. Und der eine müsste im Lobby-Vorraum sein, ne? Und dem ganz, ganz vorne. Ja. Wenn er mich wieder da snacken wollte, wo er mich letztes Mal erwischt hat, ja. Alles voll mit Kapkan. Wir sehen ihn nicht mehr. Ich würde echt verdammt gerne. So hier unten durchrotzen einfach mal. Einfach mal ein Header gegeben blind. Lade nach. Was ist denn reingeholzt? Wie geil. In den Raum zu angreifen. Die sind unten. Hä? So da hinten. Ja. Hier hin. Da hab ich hingeschossen, ja? Nachhalten. Ein Gegner verbleibt. Äh. Ihr habt den... Einfach mal ein paar Schießlöcher schießen. Äh. Schießlöcher schießen. Das ist schiefesdeutsch. Wäre so geil, wenn du hier rein könntest. Lassen den Schäfer. Wow. Von links. Von links? Ich seh nichts. Links unten in der Lobby ist einer. Links unten in der Lobby? Ey, Bomben sind beide frei. Kommt doch mal. Ja, ich bin nicht sehr ein Schäfer. Ich bin tot. Super. Wieso stirbst du auch? Bärenfall oder was? Ja, Bärenfall. Ich komm mal zu dir, Kim. Ich bin weg. Ja, der eine ist da... Worüber bist du rein, Böden? Übers Dach? Sind beide, ey. Direkt im... Direkt in den Geschoss. Der Forster holt mich, glaub ich, aber. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Alter, ist der jetzt auch drauf rügeln? Nein, ey. Nein, ey. Entschärfer wurde zurückgeholt. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Ich bin drin. Ja, dann place halt mal, du Spassi. Aber wie geil ich dem Außersehen den Header gegeben hab. Das war schon relativ nice. Bombenverschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Da-da. 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 Ich glaub den interessiert das nicht, dass der Entschärfer ist. Ich mach mal die Fenster kaputt. Da-da. 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 Da. Da-da. Da-da. Da. Da-da. 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 Da. Da-da. Läuft bei dir, hm? Läuft bei mir. Läuft bei mir. Also einfach nur getötet. Kommt. Abstandort der Bombe in Gefahr. Entschuldigung. Haben wir Westen? Achso. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Du hast Sperre scharf gemacht. Abstand halten. Grad platziert. Na du kleine Bombe. Äh Drohne. Wechsle das Magazin. Ein Gang prämerieren. Zehn Sekunden. Auf Radius komm. Hi. Ups. Fünf Sekunden noch. Keine Rösten. Hehehe. Bombe vom Gegner entdeckt. Okay Bolle. Ich geh hier schnell durchs Fenster raus. Mach dann hinter mir zu. Ok. Ja warte mal. Ich geh nämlich auch raus. War zumindest der Plan. Stark. Ganz okay. Kann ich Kameras ausmachen wollen? Hm? Kann ich Kameras ausmachen wollen? Tja die können ja vieles ausmachen wollen. Hat nicht funktioniert ne? Wer von euch ist denn alles alter? Lobby. 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 Ich will da nur nicht hin. Drei in der Lobby. Alter alle in der Lobby. Einer ist in der Lobby oben. Mit dem Runden Fenster. Und Bolle bei dir ist direkt einer hinten dran. Bei mir ist einer hinten dran. Bist du oben? Bist du oben? Jetzt kommt es da. Ich bin direkt hinter dir. Ja. Hast du das Cheapen ausgelöst? Ja. Boah was war denn das? Oben. Hinter mir oder was? Oben oben oben. Ich bleib hier unten. Ah ne der war da. Wo? Oben ja. Wie sieht es mit der Kamera in der Lobby aus? Ist sie noch da oder nicht? Er ist noch da. Aber der Forza bedient sie. Die Gegner entschaffen eine Bombe. Ihr Entschärfer muss deaktiviert werden. Wie sind denn die hier rein? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich bin dabei. Ich bin doch schon dabei. Na los. Mach es schneller Junge. Hat doch gut geklappt. Einfach mal gemütlich. Alter. Ich hab ihn in die Leiche immer rein. Stirb. 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 Ja ich würde sagen das war eine relativ Auffassung. Erfolgreiche Runde wieder mal. Ja war ok. War ok. Kann man machen. Ein bisschen aufgestorben aber sonst. Ja bei mir ging es halt so eigentlich. Hatte ein bisschen schön. Ein Kiff. Zwei Tode ey. Besser als der Maxim. Muss man sagen. In diesem Sinne. Trotzdem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Maybe if I'm with you. Maybe if I'm with you.